Mein Cappuccino ist fertig, den trinke ich heute nicht allein und jetzt frage ich einmal ganz kurz, was darf ich denn anbieten? Ich bin mein Cappuccino. Brandalarm heute bei mir, Christoph Brandt zu Gast und das Tolle ist, du hast ja ein Cappuccino bestellt, Christoph. Ich sag gleich was zu dir. Pass mal auf, ich versuche mich jetzt als Künstler. Guter Espresso, guter Milchschaum. Okay, so und jetzt pass mal auf, ich kann mal die Maße nehmen. Schau mich mal an. Schön, Mann. Ja, ich glaube wir sind ganz nah dran jetzt hier. So, schau mal zu mir. Super getroffen als Porträt und du bist ja Koch. In erster Linie bin ich Koch, Familienvater mit zwei Töchtern, habe eine Cateringfirma, habe ein Restaurant mit Zermin Deluxe zusammen. Oben rein schreibe ich noch fleißig Bücher. Es hat angefangen mit einem Buch mit Curse zusammen, wo wir sein Album verkocht haben. Daraus habe ich dann mit meinen Lieblingskünstlern auch einen Unplugged. Sevier Naidu, Semi Deluxe, Curse. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Musik muss immer passen. Ja und somit verbindest du ja praktisch zwei Leidenschaften. Einmal Musik und einmal das Thema Kochen. Zwei haben wir schon ein paar Mal miteinander zu tun gehabt und ich weiß, du bist nicht nur ein leidenschaftlicher Koch, du bist ein leidenschaftlicher Cappuccino-Träger. Das stimmt. Ja? Was ist Kaffeekultur für dich? Also Kaffeekultur zum einen ist, wenn ich zu meiner Mutter nach Hause komme, dann weiß man genau wie es riecht bei meiner Mutter. Okay. So und ich weiß auch genau wie der Kaffee bei meiner Mutter schmeckt. So, das ist schon mal das eine. Also ich verbinde Kaffeetränger auch ganz oft mit nach Hause kommen. Und sonst in der Küche ist das natürlich auch immer zwischendurch die beste Möglichkeit Pause zu machen. Ganz genau. Was für die einen die Zigarette ist, ist für mich der Kaffee, weil ich trinke den Cappuccino und genieße so meine Pause. Man genießt, man entspannt, man tankt auf. Ja, ganz genau. Dieser Cappuccino zeichnet sich für dich wie aus? Wenn er einen richtig geilen Milchschaum hat und wenn er nicht zu bitter ist. Mein Lieber, deine nächsten Projekte, was hast du denn vor? Wir starten gerade mit Kochen an Plug 3. Ich hatte mir immer so Star Wars mäßig drei Teile vorgestellt, die Trilogie. Und es gibt auch noch ein paar Musiker von meiner Wunschliste. Ja, ich habe perfektes Profi-Dinner gemacht. Das ist das perfekte Dinner nur mit Profiköchen. Christoph, bevor wir einfach weitermachen, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Du anderes ist ganz spontan und einfach das, was kommt. Cappuccino. Ja, meine Pause. Glück. Glück ist, frei zu haben, Freizeit zu haben und die mit der Familie zu verbringen. So, und was verbindest du mit dem Thema Genuss? Genuss ist auch ähnlich so. Ich komme gerne runter und dann kann man gut genießen und dann kann es auch nur ein geiles Butterbrot sein. Dein Traum? Mein Traum. Kann dir gerade keinen aktuellen sagen. Als letzte Frage, die Marke Kups. Was sagt sie dir denn? Wir arbeiten jetzt seit drei Jahren zusammen und das war sehr vertrauensvoll und sehr liebenswürdig und immer sehr aufeinander aufbauend. Also ich finde es toll. Ja, Christoph, wenn man mehr von dir erfahren möchte, wo findet man dich denn? Auf jeden Fall im Internet www.christoph-brandt.com oder man findet mich auf jeden Fall unter fliegende Köches. Und wir genießen unser Cappuccino. Ganz genau. Prost. Ja, toller Gast, toller Cappuccino und ich freue mich schon auf den nächsten Gast und auf einen Cappuccino mit. Bis zum nächsten Mal.